Hey Lieben, ich bin's wieder, euer Niklaus von Strong Partners, heute mit einem Bauchbeine-Po-Special. Und was könnte als Zusatzmaterial, als Haushaltsutensil für ein Bauchbeine-Po-Special besser geeignet sein, als das kostbarste Gut dieser Zeit, Klopapier. Zusätzlich zu 5 Rollen Klopapier, ich hoffe so viele habt ihr noch im Haus, brauchen wir außerdem eine Ronde Zewa und eine Unterlage, wie in diesem Fall eine Yogamatte. Falls ihr das noch nicht zusammengesammelt haben solltet, dann tut das bitte jetzt, drückt einfach kurz auf Stopp, ich warte so lange hier. Ich bin natürlich schon bereit und deswegen geht's direkt los, wie immer mit einem kleinen Warm-Up. Auf geht's, viel Spaß! Okay, wir fangen jetzt mal an locker auf der Stelle zu laufen, schütteln uns ein bisschen aus, und lassen den Alltag hinter uns und fokussieren uns auf das, was jetzt kommt. Sehr schön! Okay, die Knie dürfen ein bisschen weiter nach oben, wir können ein bisschen mehr Gas geben. Lass die Hände nicht einfach nur links und rechts hängen, sondern nehmt die immer schön mit. Sehr schön! Und dann geht's ein Stück höher. Wir können ein bisschen mehr Gas geben. Auf geht's! Knie schön weit nach oben. Ja, aber sehr gut! Und dann springen wir immer einmal auseinander und wieder zusammen. Auseinander und wieder zusammen. Kurzer Kontakt in der Mitte. Tief runter. Sehr schön! Seid noch ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, wir sind noch beim Aufwärmen, da muss noch keiner bis ans Limit gehen. Wichtig ist mir aber, dass ihr die Brust rausstreckt, den Bauch unter Spannung habt und für einen geraden Rücken sorgt. Jawohl! Sehr schön! Dann dürfen wir uns einmal ausschütteln, stellen die Beine schön weit auf, Beine sind durchgestreckt, Oberkörper kippt ab und wir pippen nach vorne. Und dann orientieren wir uns mal nach links und rechts zu den Oberschenkeln. Sehr gut! Okay, wir dürfen etwas enger zusammen mit gestreckten Beinen. Geht es jetzt nach unten, von links nach rechts um die Füße. Immer einmal den Boden anzippen, Beine bleiben durchgestreckt und dann von links nach rechts. Noch drei, zwei, eins. Dann haben wir auch das geschafft. Sehr, sehr schön! Ich stelle mich für euch einmal ans kurze Ende der Matte. Wir strecken uns nach oben mit gestreckten Beinen, geht es nach unten, wir krabbeln nach vorne in den Liegestütz und dann tippen wir uns links auf die Schulter, rechts auf die Schulter. Und langsam geht es wieder zurück, das Ganze mit gestreckten Beinen. Füße bleiben ganz auf dem Boden stehen und dann geht es wieder runter. Links auf die Schulter, rechts auf die Schulter und langsam wieder zurück. Oben nochmal strecken und dann geht es wieder nach unten. Links auf die Schulter, rechts auf die Schulter. Jetzt dürft ihr unten bleiben und wechselt einmal in den Unterarmstütz und wir verschieben von vorne nach hinten. Über die Ellbogengelenke und die Fußgelenke. Bauch ist unter Spannung, weder nach unten durchhängen, noch nach oben durchstrecken. Sehr schön! Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Zurück in den Liegestütz und dann langsam mit den Händen wieder zurück zu den Füßen und den Stand. Einmal ausschütteln und das war es soweit mit unserem Warm-Up. Wir steigen ein und fangen an mit der Bauchmuskulatur. Und zwar machen wir das Ganze heute in einer Tabata-Form. Das heißt, es sind vier Übungen. Jede der Übungen führen wir zweimal durch in der Reihenfolge. Eins, zwei, drei und vier und nochmal eins, zwei, drei und vier. Jede der Übungen hat 20 Sekunden Belastungszeit und dann haben wir zwischendurch 10 Sekunden Pause, um uns auf die nächste Übung vorzubereiten. Wir brauchen das erste Mal die Utensilien. Ich gehe jetzt die Übung alle einmal durch. Ihr könnt es zu Hause mit ausprobieren, dass wir gleich direkt einen flüssigen Übergang haben zwischen den einzelnen Übungen. Wir starten mit einer Klopapierrolle und im Schwebesitz. Das bedeutet, die Füße sind nebeneinander. Nur das Gesäß berührt den Boden, Oberkörper ist aufrecht. Und jetzt streckt ihr ein Bein weg, gebt die Klopapierrolle unter dem anderen Bein durch, Bein wechselt und wieder unten durchgeben. Bein wechselt und wieder unten durchgeben. Das ist die erste Übung. Für die zweite Übung braucht ihr die schon genannte Zeva-Rolle oder Küchenpapierrolle. Die ist also etwas länger, das macht es etwas einfacher. Die klemmt ihr euch zwischen die Beine. Und dann legt ihr euch einmal lang hin. Füße und Hände gehen hoch, Zeva-Rolle wird übergeben und es geht wieder zurück. Wieder zwischen die Beine klemmen und wieder in die Arme und wieder zwischen die Beine. Das ist die zweite Übung. Dann geht es weiter mit Russian Twists. Dazu wieder in den Schwebesitz. Ihr dürft wieder die Klopapierrolle nehmen und links und rechts auf den Boden aufditschen. Und als letzte Übung stellen wir die Zeva-Rolle ans kurze Ende der Matte. Hände links und rechts ein Stück hinter dem Gesäß auf die Matte aufgesetzt. Oberkörper ist gerade, Beine schweben, gestreckt in der Luft. Und dann einmal anziehen und auf die jeweils andere Seite der Zeva- oder Küchenrolle. Sehr schön. Das sind die vier Übungen. Hintereinander weg. Auf mein Signal. Ihr müsst nicht mitstoppen zu Hause. Das erledige ich hier für euch. Wichtig ist nur, dass ihr volle Kanne durchzieht. Okay, wir starten. In fünf, vier, drei, zwei, eins. Und auf geht's. Die ersten 20 Sekunden. Sehr schön. Hälfte abgeschoben. Spannung halten im Bauch. Noch, noch drei, zwei, eins. Ausschütteln. Wir brauchen die Zeva-Rolle. Kommt zwischen die Füße. Und dann übergeben. Weiter geht's. In drei, zwei, eins. Und auf geht's. Sehr schön. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Zeva-Rolle weg. Als Engel der Matte, ihr braucht's wieder die Klopapierrolle für die Russian Twist. Hälfte, drei, zwei, eins. Und auf geht's. Und Hälfte. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Tief durchatmen. Zeva-Rolle ans Ende der Matte. Hände seitlich neben das Gesäß. Ein Stück dahinter. Aufrechter Oberkörper. Beine sind gestreckt. Und auf geht's. Weiter durchziehen. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Hälfte ist geschafft. Wir starten wieder von vorne. Die Toilettenpapierrolle durch die Beine durchgeben. In drei, zwei, eins. Und auf geht's. Hälfte. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Tief durchatmen. Zeva-Rolle zwischen die Füße. Sehr schön. Drei Übungen noch. Und. Zau-Rolle. Nein. Wenn ihr die Rolle verloren habt, einfach wieder zwischen die Beine. Und weiter geht's. Drei. Zwei. Und eins. Schneller Wechsel. Klobappierrolle. Russian Twist. Drei. Zwei. Eins. Füße in die Luft. Auf geht's. Hälfte. Fünf, vier, drei, zwei, drei, zwei, eins. Letzter Durchgang. Zeva-Rolle nochmal ans Ende der Matte. Beine strecken und wieder anziehen. Tief durchatmen. Drei, zwei, eins. Und auf geht's. Und auf geht's. Sehr schön. Noch fünf. Vier, drei, zwei, eins. Und geschafft. Wer mag, kann sich flach auf den Boden legen, Arme an den Bauch ausklopfen, tief durchatmen und sich freuen, dass ihr es geschafft habt. Jetzt geht es weiter mit den Beinen und dem Gesäß. Und dafür dürft ihr die Matte, falls ihr eine geholt habt, zur Seite räumen. Zack. Und auf die Zeva-Rolle brauchen wir nicht mehr. Fünf Toilettenpapierrollen kommen jetzt zum Einsatz. Und zwar baut ihr bitte einen schöneren Turm, als ich das hier gemacht habe. Stellt ihn auf eine Seite und dann machen wir insgesamt vier Beine über. Wir starten mit sogenannten Pistol Squats. Das heißt, wir stellen uns auf ein Bein. In dem Fall ist es mein rechtes. Gehen tief runter, schnappen uns eine Rolle. Übergeben sie durch oder unter dem anderen Bein hindurch und stellen sie auf der anderen Seite wieder an. Okay? Das ist quasi die erste Übung, bis wir den Turm einmal ab und wieder aufgebaut haben. Sehr schön. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles soweit. Dann starten wir. Drei, zwei, eins. Und auf geht's. Versucht möglichst auf einem Bein stehen zu bleiben. Das ist auch ein Balanceakt. Aufrichten und das Ganze wieder abbauen. Na, ausbalancieren und wieder zurück. Jawohl, geschafft. Ausschütteln. Und jetzt selbstverständlich das andere Bein dran. Tief runter. Unten runter durch und auf die andere Seite. Auf geht's. Mal aufrichten und dann den ganzen Weg zurück. Noch hier gerade Rücken und die letzte. Sehr schön. Jawohl. Es wird etwas schwieriger. Und zwar verknüpfen wir das Ganze mit den sogenannten Squat Jumps. Das heißt, wir gehen tief runter, schnappen uns eine Rolle, squattern, dabei drehen wir uns um 180 Grad, gehen wieder runter und setzen die Rolle auf den Boden. Auch da bauen wir den Turm einmal auf und wieder ab. Drei, zwei, eins. Und auf geht's. Oh, ist nichts mehr. Und dann fangen wir an, auf der anderen Seite wieder abzubauen. Und letzte. Sehr schön. Ausschütteln. Und da setzen wir natürlich noch einen drauf. Ein letztes Mal durch den Turm nochmal auf und wieder abbauen. Und machen das Ganze mit Ausfallschritten im Wechselsprung. Das heißt, wir starten im Wechselsprung, im Ausfallschritt. Und dann gibt es einen Wechselsprung um 180 Grad auf die andere Seite. Hochspringen, Knie wechseln und wieder runter. Hochspringen, Knie wechseln und wieder runter. Turm einmal aufbauen und wieder ab. Aufbauen, dass er sich umfällt. Drei, zwei, eins. Und auf geht's. Nichts mehr da, dann wieder abbauen. Und geschafft. Sehr schön. Okay. Meine Zeit ist leider schon wieder um. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Falls ihr denkt, vor allem für die Beine, da geht noch was. Spult doch einfach nochmal zurück. Macht das Ganze noch zwei, drei, vielleicht auch vier Mal. Und da seid ihr auf jeden Fall am Ende und könnt euch eine Pause geben. Mir hat es euch immer sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Hola, Niklas. G Wisstrand. Also we empieza zu sein. Big Ski.